Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Huhu, da schaut eine alte Hexte raus, lockte die Kinder ins Pfefferkuchen aus. Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not! Ihn wollte sie braten, im Ofen braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, ward sie gestoßen von unserem Gretelein. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017